So, Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen und ich stelle fest, Schalke 04 ist an einem Spieler interessiert. Sport1.de berichtet gerade darüber, Leo Greimel, 20 Jahre alt, soll jetzt aktuell bei Schalke im Gespräch sein. Nicht nur das, Schalke 04 soll sogar wirklich in der Pole Position im Rennen um den Spieler sein. Hoffenheim ist interessiert gewesen, Bremen ist interessiert gewesen und wir kriegen angeblich jetzt den Zuschlag. Ich bin sehr, sehr gespannt. Fakt ist, Leo Greimel spielt bei Rapid Wien und hat jetzt angekündigt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen. Deswegen, weil er einfach den nächsten Karriereschritt gehen möchte. Das hat er jetzt dem Verein wohl gegenüber mitgeteilt und jetzt ist natürlich die Frage, wer kommt an den Mann dran? Und ja, Ruf Schröder hat offensichtlich seine Finger nach ihm ausgestreckt und Greimel soll bereit sein zu kommen. Aktuell laboriert er und zwar an einem Kreuzbandriss, den hat er jetzt schon seit Oktober gehabt. Er arbeitet jetzt gerade wohl an einem Comeback, wird dann auch wieder im Laufe der Saison wohl nochmal eingreifen können. Und dann, ja, bekommen wir auf jeden Fall dann einen frisch genesenen Spieler auf Schalke. Wir haben uns jetzt gerade im Stream, ich bin jetzt auch gerade live im Stream, haben wir uns den Spieler auch angeschaut. Und das sind wirklich geile Sachen, die der Kollege zu bieten hat. Also sehr, sehr zweikampfstarker Bruder, sehr, sehr krasse Grätschen, erinnert mich ja sehr an Ko Itakura, wirklich. Also wenn wir den bekommen könnten, also ich bin sofort begeistert gewesen von dem Spieler. Das wäre auf jeden Fall eine richtig fette Sache, wenn wir den Spieler kriegen. Also, Leo Greimel, herzlich willkommen auf Schalke, gegebenenfalls würde ich sehr fühlen. Wenn ihr auch mit dabei sein wollt heute im Stream. Leute, wir werden heute auch noch die Champions League gemeinsam reinziehen. Dann kommt auf jeden Fall auf KestiTV, ja, KestiTV auf Twitch. Ich werde euch den Link auf jeden Fall hier nochmal reinballern. Und dann kommt einfach in den Stream rein, macht Megabox eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre hier auf Twitch. Und ja, kommt auf jeden Fall rein, dann unterhalten wir uns natürlich auch weiterhin über Leo Greimel und gucken, was da noch so geht. Okay, Leute, macht's gut, Glück auf und wir sehen uns. Ciao.